Musik Wir haben jetzt sechs Monate seit dem Spatensteg hinter uns. Und die Zeit haben wir natürlich genutzt, der Rohbau steht. Es ist schon mehr wie Rohbau. Es wird ein ganz großer Knall werden, denn das Gebäude ist einfach im Südwesten einzigartig. Einmal wegen der Größe, aber vor allen Dingen wegen der Ausstattung, wegen der Art der Architektur, wegen der guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier in der Beratung sind, die freundlich die Kunden bedienen und natürlich wegen der vielen Events und Angebote, die wir haben in der Gastronomie, für Kinder, für Kleinkinder. Und zum anderen lohnt es sich auch immer wieder zu kommen, weil sich permanent etwas Neues bei uns ergeben wird. Ja, wir haben heute Richtfest hier im Haus in Rastatt und freuen uns, auch unsere bereits eingestellten neuen Mitarbeiter hier begrüßen zu dürfen, dass sie einfach sich als Team kennenlernen, innerhalb der Abteilungen kennenlernen und auch mal sehen, wie sie später arbeiten werden. Wir werden nachher noch im Durchgang durchs Haus machen, dass jeder weiß und schon mal im Rohbau seinen Arbeitsplatz kennenlernen kann. Dieses Richtfest hat mich ja richtig begeistert. Wir haben jetzt die Gelegenheit zu sagen, es wird auf jeden Fall pünktlich eröffnet werden können und das ist doch eine gute Nacht auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Number Chick, und zum nächsten Mal mit